Herzlich willkommen zum zweiten Input mit dem Thema Kommunikation und Sprache. Was ist unsere Zielsetzung? Sie sollen für die Notwendigkeit der Sprachpräzision sensibilisiert werden. Sie sollen die besonderen Aspekte bei der Kommunikation mit einem Computer als eine Maschine, die insbesondere für die Algorithmisierung zuständig ist, erfahren und ihre eigene Sprache präzisieren. Und Sprache betrachten wir hier aus der MINT-Perspektive. Also die für MINT zentralen Aspekte von Sprache sind, dass die Sprache präzise, logisch, strukturiert und operationalisierbar ist. Und die Förderung von Sprache unter diesen Aspekten stellt eines der Lernziele der gesamten Veranstaltung nahe. Die Alltagssprache, wie wir im Folgenden sehen, erfüllt diese Kriterien nicht unbedingt. Als konkretes Beispiel für die Alltagssprache schauen wir uns ein Lexika bzw. ein Wörterbuch an. Das mag jetzt ein wenig komisch klingen, aber in einem Lexikon wird unter anderem die komplette Alltagssprache gesammelt. Und hier können wir auch gerade sehen, zum Beispiel an einem Beispiel, was mir von meiner Kollegin so gesagt wurde, dass im Krinschen Wörterbuch der Marienkäfer nur einen sehr kurzen Eintrag hat, während das Verb stehen einen sehr langen Eintrag hat. Was hat das jetzt mit unserem, also als Kontrast mit unserem Fokus von MINT, den wir eben gerade hatten, zu tun? Wenn stehen so einen langen Eintrag hat und stehen demnach eine vielfältige Wortbedeutung hat und besonders sprachlich interessant ist, dann ist es gerade aus MINT-Perspektive nicht präzise, logisch, strukturiert und operationalisierbar, weil es gerade nicht nur für einen einzelnen Aspekt steht, mit dem ich etwas modellieren kann, und zwar einen ganz klaren Aspekt, sondern es geht gerade um die vielfältigen Sprachbedeutungen, die wir haben. Und so können wir auch quasi sagen, aus MINT-Perspektive ist ein Wort umso spannender, je präziser es formuliert ist, damit ich es besser technisch modellieren kann. Aus quasi sprachlicher Sicht, linguistischer Sicht ist es gerade umso spannender, wenn es das gerade nicht ist. Und wenn Sie sich weiter dafür interessieren, deswegen habe ich es hier einmal aufgeführt, meine Kollegin Andrea Rapp bietet ein Seminar namens Lexikografie in diesem Sommersemester an, und es gehört zu dem Modul Digitalität als Praxis in den Geisteswissenschaften, das auch zum Vernetzungsbereich gehört. Und da werden Sie quasi einmal sich mit der Lexikografie beschäftigen, einmal von den Ursprüngen, aber auch, wie welche Kulturkompetenzen und technischen Dinge darin noch alle stecken. Und so verbindet quasi die Sprache als Überthema verschiedene Module im Vernetzungsbereich. Was ist nun so anders bei Computern, also die Sprache, die Computer benötigen, um mit ihnen irgendwie als Maschinen zu agieren? Um es vorwegzustellen, Computer sind nur dumme Maschinen. Sie verstehen nichts von sich aus, aber sie können ziemlich gut rechnen. Und hier sind quasi Computer wirklich in der ursprünglichen Formulierung als Rechner zu betrachten. Wir haben hier sehr kompetente Rechenmaschinen, aber es handelt sich um Rechenmaschinen. Und diese Computer, keine künstlichen Intelligenzen, verstehen auch keine Kontexte. Ein Beispiel für einen Satz aus der Alltagssprache mit Kontext. Hier ist der Kontext zum Verständnis wichtig, nämlich wer mit dem Wort die überhaupt gemeint ist. Das wäre für die meisten menschlichen Zuhörer sehr einfach rauszukriegen, weil man weiß, okay, wir hatten vorher mal ein Familientreffen. Für einen Computer wäre es sehr schwierig. Und so ist die Sprache der Computer, also Computer als diejenigen Maschinen, die Algorithmisierung umsetzen, eine ganz andere. Die Sprache der Computer ist die Maschinensprache, also so, wie sie vom Hersteller unveränderlich definiert wurde. Das ist nicht nur die Nullen und Einsen, wie man sie sich vielleicht schon in irgendwelchen Filmen gesehen hat oder vorstellen würde, sondern auch hexadezimale Schreibweisen. Das bedeutet, sie haben die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben A bis F. Und dann hätten sie zum Beispiel eine Anweisung, also ein Satz in dieser Sprache wäre C745F803. Das hat auch eine Bedeutung. Und zwar setze die Variable mit Namen B, die durch das Register RPB adressiert wird, auf den Wert 3. Ganz hinten sehen wir zumindest bei 0,3, dass es irgendwie mit einer 3 zu tun hat. Das hat natürlich nichts mit der menschlichen Sprache zu tun und genau auf diese Diskrepanz werden wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Den Unterschied zwischen Alltagssprache und der Sprache, die für die Kommunikation mit einer solchen Maschine nötig ist, betrachten wir auch nochmal am Vierseitenmodell einer Nachricht von Schulz von Thun. Und hier sehen Sie einmal, wir haben die Sachebene, die Selbstkundgabe, die Beziehungsseite und die Appellseite, die vom Sender zum Empfänger kommt. Und die können natürlich unterschiedlich sein. Das Interessante hierbei ist, dass wenn wir keinen menschlichen Empfänger haben, sondern einen Computer, nur die Sachebene ankommt. Alles, was völlig ignoriert wird, weil der Computer es nicht kann, ist die Selbstkundgabe, die Beziehungsseite und die Appellseite. Und die Diskrepanz zwischen Sachebene und Appellseite, wenn es hier eine gibt, hier offenbieren sich genau quasi Fehler oder in dem Sinne Programmierfehler oder andere Fehler im Umgang mit der Maschine. Denn die Sachebene ist nicht unter die Appellseite. Man hätte gerne, dass der Computer was macht, aber es funktioniert nicht, weil Sachebene und Appellseite nicht zusammenpassen. Und deswegen sollte Ihre Sprache in Bezug auf die Algorithmisierung in besonderem Maße präzisisch, logisch, strukturiert und operationalisierbar sein, damit Sie auf der Sachebene dies genau so umsetzen können. Nun werden wir nochmal auf die Diskrepanz zwischen die Sprache, die Maschinen verwenden, und die Sprache, die Menschen verwenden, kommen. Und was ist deswegen der Sinn von Programmiersprachen? Menschen sind nicht kompatibel mit Maschinensprache, weder binär, also 0 noch 1 noch hexadezimal, das mit den 0 bis 9 und A bis F als Buchstaben. Und was ist also das Ziel und der Zweck? Wir wollen eine Lösung für ein Problem so formulieren, dass sie für Maschinen ausführbar ist, im Sinne der Algorithmisierung, und für Menschen verstehbar ist. Denn wenn sie nur noch für Maschinen verstehbar wäre, also ausführbar, dann könnten Menschen sie gar nicht mehr testen. Und der Mensch ist nicht wegzudenken in der Korrektur, in dem Lösen, in dem Verstehen. Und deswegen ist quasi ein Bindeglied, sind Programmiersprachen entstanden. Und die besitzen oft, aus historischen Gründen, Schlüsselwörter aus der englischen Sprache. So entstehen zum Teil auch Fehler durch unterschiedliches Verständnis der Worte. Was können wir also zusammenfassend noch sagen? Programmiersprache und quasi auch die Sprache, die sie kennenlernen, zum Lösen von algorithmischen Problemen, dient als Bindeglied zur Kommunikation des Menschen mit einer Maschine. Und gleichzeitig, wenn sie in dieser Programmiersprache denken, strukturiert es auch ihre Gedanken und ihre Abläufe, wie sie algorithmisch zu so etwas durchgehen. Gerade um diesen Punkt nochmal anzusprechen. Sprache beeinflusst Denken und umgekehrt. Deswegen einmal links auf dem Bild die Sprache dargestellt und rechts das Denken. Und Sprache soll hier als Bildungssprache nach Morric und Heller zu verstehen sein. Welche Aspekte und welche Funktionen von Sprache sind demnach relevant? Sprache ist ein Medium von Wissenstransfer und hat eine kommunikative Funktion. Sprache ist ein Werkzeug des Denkens und hat damit eine epistemische Funktion. Und es ist eine Eintritts- und Visitenkarte und hat damit eine sozial-symbolische Funktion. Diese Zugänge sind aber nicht unabhängig voneinander. In der Übung steht vor allem die epistemische Funktion im Vordergrund, also Werkzeug des Denkens. Sie sollen ihre Sprache und ihr Denken im Bereich von algorithmischen Problemstellungen, also der Algorithmisierung, präzisieren und logisch strukturieren. Dazu folgen auch Übungen und auch nächste Woche, da die Alltagssprache oft nicht die Ansprüche erfüllt, die wir an MINT an Sprache stellen. Also präzise, logisch, strukturiert und optionalisierbar. Deswegen, einmal die Überleitung auf nächste Woche, befassen wir uns mit Buhlsche Aussagenlogik auf einer sprachlichen Nähe, um diesen Gedanken vorzuführen. In dem nachfolgenden großen Block, FopBot, werden wir uns im Sinne der Algorithmisierung und dieser Kunstwelt ebenfalls einen starken Fokus auf Sprache und den Zusammenhang zwischen Bildungssprache, Visualisierung, Programmiersprache, also Code, und die sprachlichen Übersetzungsleistungen anschauen und dort einen starken Fokus drauf setzen. Für was ist die präzise Sprache noch wichtig? Und zwar können wir sie als Anleitung zur Formulierung eines algorithmischen Ablaufs benutzen. Und wie gehen wir beispielsweise bei einer solchen Entwicklung vor, um so etwas zu formulieren? Wir müssen zuerst verstehen, was der Zweck des Ablaufs ist. Dann haben wir eine präzise Beschreibung, wie der Ablauf aussieht. Wir testen unsere sprachliche Beschreibung. Dann haben wir quasi Körper des Ablaufs. Also wir müssen aus der Sprache Strukturen erfassen. Und hier gerade im Hinblick auf die Programmiersprache, im Hinblick auf unsere Maschine. Wir müssen diese Bausteine fertigstellen und testen. Natürlich ist dieser Ablauf, auch wenn er jetzt erstens, zweiten, dritten, also erstens bis sechstens durchformuliert ist, nicht linear zu verstehen. Ich hatte Ihnen letzte Woche bei Input-zu-Problemanalyse schon gesagt, das sind quasi Phasen, die ineinander greifen. Denn ich kann zum Beispiel merken bei der präzisen Beschreibung, während ich versuche etwas zu beschreiben, dass ich es doch noch nicht richtig verstanden habe, dann gehe ich wieder zurück. Dann muss ich nur machen, was war denn eigentlich nochmal der Zweck? Ich kann meine Beschreibung testen bei drittens und merke, sie ist noch nicht präzise genug und ich kann an jeder Stelle wieder zurückspringen. Also stellen Sie sich das eher als einen Zyklus vor, als einen Kreis, der immer größer wird und immer mehr beeinflusst. Womit werden wir uns heute beschäftigen? Also heute im Sinne von dieser Input-Phase und zwar mit den ersten drei Sachen. Und das ist genau auch das, was Sie in der Übung machen werden. Sie müssen einen Ablauf verstehen, Sie müssen ihn präzise beschreiben und Sie sollen Ihre eigene Beschreibung bzw. die Ihrer Kommilitonen auch nochmal testen. Jetzt gibt es noch verschiedene Fallstricke bei der Sprache und vor allem bei der Präzision von Sprache sprachliche Schlüsselwerte. Was meine ich damit? Also wir hatten ja gesagt, dass die Sprache besonders präzise, logisch, strukturiert und operationalisierbar sein soll. Da haben wir zum Beispiel so kleine Schlüsselwerte wie und, oder, solange, für, für alle. Und die werden zum Teil, je nach Sprache oder auch im Verständnis Alltagssprache unterschiedlich gehandhabt. Zum Beispiel kann und in der Alltagssprache sagen und dann und anschließend. Oder man meint und, ich beziehe mich auf beide Aussagenteile. Das oder kann einschließend sein. Das bedeutet, ich darf auch beides nehmen, wenn ich zwei verschiedene Sachen habe. Oder ausschließend. Es ist ein Entweder-Oder. Ohne, dass es entweder explizit genannt wird, sondern es ist nur implizit klar, dass es ein Oder sein soll im ausschließenden Sinne. Die Randfälle sind nicht genau genug betrachtet oder formuliert. Nach 10 Minuten bedeutet das seit Beginn. Nach Beginn und dann zählen wir 10 Minuten. Oder seit der letzten Anweisung. Zwischen oder bei der Formulierung zwischen 10 und 60 Minuten ist es dann genau wirklich dazwischen. Also 11 bis 59 Minuten. Oder wird nur die 10 Minuten eingeschlossen, aber nicht die 60. Oder werden 10 und 60 Minuten beide eingeschlossen. Oder die 10 nicht, aber wir gehen bis zu 60. Und all diese Sachen, hier merken Sie schon, es ist wirklich sehr präzise gemeint. Es macht einen Unterschied, ob ich es sage von 11 bis 59 oder von 10 bis 60. Denn es soll ja genau für verschiedene Probleme anwendbar sein. Was kann noch sein? Sie haben nicht genau genug gelesen bzw. beobachtet. Und dadurch können Sie natürlich auch nicht präzise genug formulieren. Oder Sie verwechseln Präzision mit Komplexität. Wenn Sie möglichst verschachtelte Formulierungen benutzen, ist es nicht unbedingt präzise. Man kann sich auch sehr präzise mit kurzen, klaren Sätzen ausdrücken. Und zu diesen kurzen, klaren Sätzen hier noch ein Einschub aus der Fachliteratur. Ich lese Ihnen das Zitat einmal vor. Der selbstgeschriebene Code sieht womöglich aus wie im Kinderbuch. Das ist der Hund. Der Hund spielt im Garten. Jetzt bellt der Hund. Aber das ist kein Grund zur Demut. Nicht die Fähigkeit, möglichst komplexen Code zu schreiben, zeichnet gute Programmierer aus. Elegante und gute Ideen lassen sich auch in schlichtem Code ausdrücken. Und umgekehrt kann sich hinter kompetentem Code ein schlecht durchdachtes Konzept verwerben. Ein populäres Prinzip lautet KISS, was für Keep it Simple Stupid steht.